Hallo! Ich hatte heute so einen netten Chat mit einer, die bei uns auf Facebook ab und an zu gucken scheint und die sagte zu mir, was sie denn machen könnte, wenn ihr Hund so aufgeregt ist. Und da musste ich unweigerlich an die Amy denken, weil auch die Amy beim Training immer schrecklich aufgeregt ist und total motiviert ist und eben ein bisschen arg hibbelig manchmal. Und ich habe einfach gedacht, ich zeige euch heute mal in einer Trainingseinheit, wie ich das so mache, wenn die Amy so hibbelig ist. Was ich dazu sagen muss, Amy ist mein erster Hund damals gewesen. Ich habe mit ihr angefangen, überhaupt erst mal Tricks zu üben und ich habe glaube ich damals auch ganz, ganz viel falsch gemacht und habe nicht so viel auf ruhiges Arbeiten Wert gelegt und habe wahrscheinlich auch einfach viel zu viel auf einmal und war selber hibbelig und habe eben die nötige Ruhe früher von Anfang an gar nicht eingebracht. Deswegen habe ich mir die Amy selber wahrscheinlich schon so hibbelig gemacht, aber auch wenn ich das so gemacht habe, kann ich sie trotzdem jetzt immer mal wieder runterfahren. Sie ist eben immer noch ein Hund, der sehr sehr übermotiviert ist schnell und die gerade Sachen in Bewegung zwar gerne macht, aber manchmal eben dann zu hibbelig wird, sodass ich unterbrechen muss und sie runterfahren muss. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das einfach heute mal. Ich habe mir jetzt als Übung rausgesucht, dass sie einen kleinen Ball in einen kleinen Behälter einräumen soll. Das ist ihr am Anfang so mega schwer gefallen, dass wir das ganz lange gar nicht mehr weiter trainiert haben, weil ich immer gefrustet war und gedacht habe, ich finde nie einen Weg. Und ja, wir haben es jetzt eben so gemacht, dass wir in dieser Übung Bewegung rausnehmen und sie das Ganze einfach erst mal im Liegen tut oder hinterher nur im Stehen. Bei der Joy zum Beispiel, sie ist andersrum, die muss sich immer motivieren und bei der mache ich es dann gerne so, dass ich eben Bewegung reinbringe. Bei Andy mache ich das jetzt ganz bewusst nicht mehr und ich achte darauf, dass wir eben schon ruhig ins Training starten. Man sieht schon, sie will jetzt gern starten, bevor ich das mit ihr selber möchte. Und das machen wir nicht. So starte ich eben nicht. Ich starte erst, wenn ich das wirklich auch möchte. Und vorher schaue ich, dass sie nicht unruhig ist, dass sie nicht quietscht, dass sie nicht irgendwie hibbelt, dass auch die Rute hinten nicht wedelt. Ihr werdet das gleich im Training sehen. Achtet mal auf die Rute. Die geht zwischendurch immer ganz wild hin und her und natürlich assoziiert man damit erstmal, dass der Hund ganz viel Spaß daran hat. Sie hat auch echt viel Spaß daran, aber das ist für mich auch ein Zeichen, dass sie eben in dem Moment eher hibbelig und aufgeregt ist. Und dann versuche ich sie erstmal ein Stück weit wieder runterzuholen, bis die Rute etwas ruhiger ist. Ey, warte. Na, und ihr seht es schon jetzt. Die Amy möchte gerne anfangen und Leckerlis findet sie auch ziemlich geil. Ey, prima. Warte. Warte. Touch. So, touch. Prima. Touch. Bei Amy muss ich immer sehr aufpassen, dass die Leckerlis nicht vor der Nase sind. Und jetzt lasse ich sie den Handtouch machen, bis die Rute hinten ruhig ist. Das ist für uns ein Trick oder ein Signal, was wir aufgebaut haben und zwar so aufgebaut haben, dass sie damit eben auch Ruhe assoziiert. Und ich achte nur auch sehr darauf, dass ich ganz, ganz ruhig bin mit allem, was ich tue. Das ist manchmal echt schwer, weil ich eigentlich selber ein bisschen hibbelig bin manchmal. Dann weiß man auch, warum Amy so geworden ist. Aber man kann da eben auch wieder gegenarbeiten. Prima. Und ich lobe auch sehr ruhig. Ich packe meine Quietschestimme bei Amy nicht so sehr aus. Einfach, weil ich durch die Quietschestimme nicht sage, oh, fein Amy. Dann ist sie ganz schnell wieder auf 180 und freut sich ein Keks. Aber das macht mir fürs Training eher mehr Hindernisse, als dass es mir hilft. So, das Aufräumen. Das Video habe ich dazu schon mal gemacht. Ich werde euch das nochmal gerade als Infokarte oben einblenden, wie wir das aufbauen. Gerade auch bei einem kleinen Gegenstand fange ich jetzt erstmal an, dass sie einfach die Nase reinsteckt. Prima. Das kennt sie natürlich, weil wir das schon mal gemacht haben. Deswegen machen wir das nicht zu oft. Prima. Und auch da lobe ich ganz ruhig und achte darauf, dass immer wieder die Rute hinten still ist und sie eben nicht wedelt oder in irgendeiner Form Aktion zeigt. Und dann darf sie auch hier erst aktiv sein, wenn ich es freigebe und wenn ich das möchte. Prima. Das ist jetzt so ein kleiner Schaumstoffball. Ich glaube, irgendwie der funktioniert nicht so gut. Ich glaube, den kriegt sie manchmal nicht aus ihrem Sapperball raus. Aber eben auch alles, was in die richtige Richtung geht, belohne ich, dass bei ihr nicht zu sehr Frust aufkommt. Und bei Amy achte ich da eben drauf, dass ich auch vor allem dieses Warten und Nichtstun. Ich habe ein Leckerli in der Hand, sieht man gleich stört. Dann nehme ich das wieder weg. Leckerli vor, Amys Maul ist immer Käse bei ihr, weil das sie noch viel lieber macht. Also sehe ich zu, dass die Belohnung wegkommt und ich erst weitermache, wenn sie ruhig ist. Amy, Amy, Warte, Katsch. Prima. Nimmst du das? Nimmst du das? Prima. Kuckst du nicht raus? Warte, versuch's nochmal. Ja, gut. Super. Das klappt mit diesen Bällchen nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir probieren es einfach nochmal, ob sie es aus dem Maul wieder rauskriegt. Prima. Jetzt warte. Amy, guck mal hier. Prima. Warte. 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 Prima. Amy, warte. 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 Und hier versuche ich ganz doll, dass ich kein Nein sage, weil ich im Training einfach keine Abbruchssignale verwenden möchte, sondern einfach nur, dass sie wartet. Aber sie soll es ja nicht komplett abbrechen, sie soll es ja gleich weitermachen. Gibst du das? Nimm mal das. Prima. Jetzt hat sie sogar reingetroffen. Und auch hier achte ich drauf, dass ich das Leckerli ruhig übergebe, dass ich es bei ihr nicht wegschmeiße, sondern ganz, ganz ruhig bei ihr übergebe. Und dann fütter ich sie mal einfach so ein kleines Stück wieder zurück. Warte. Warte. Ey, warte. Prima. Prima. Super. Und ich achte bei Amy. Da bin ich wirklich drauf, dass ich nicht zu lange etwas komplett ohne Belohnung lasse, weil sie dann irgendwann echt befrustet ist, weil sie nichts kriegt. Also im Zweifel belohne ich dann auch, wenn der Versuch nicht komplett 100% richtig ist, aber trotzdem in die richtige Richtung geht. Warte. Warte. Prima. Falls ihr das hören könnt, die Liv ist heute auch ein bisschen gibbelig. Jetzt ist sie gerade mal still, also belohne ich auch die. Wir haben heute nämlich einen ziemlich langen Tag auf der Arbeit gehabt und deswegen konnten wir nicht so viel machen. Und das merkt man gleich, dass die Liv einfach nur nicht so richtig rennen und toben konnte heute. Und das merkt man gleich, dass die Liv einfach nur nicht so richtig rennen und toben konnte. Und das merkt man gleich, dass die Liv einfach nur nicht so richtig rennen und toben konnte. Und das merkt man gleich, dass die Liv einfach nur nicht so auf der Arbeit gab und toben konnte. Und das merkt man gleich, dass die Liv einfach nur nicht so richtig rennen und toben konnte. Prima, warte, Amy, warte, warte, prima. Und auch hier lasse ich die Bewegung erst komplett weg und belohne sie ganz ruhig. Die Leckerlis kommen zu ihr ins Maul oder ganz ruhig hier vorne hin. Und mehr mache ich erstmal. Die Leckerlis nimmst du das? Ja, prima. Super, einfach nicht steig. Bleib, warte, prima, super. Bei Amy belohne ich dann manchmal mit Absicht nicht mit dem Klicker, weil auch der Klicker, sobald sie ihn sieht, ist sie schon ziemlich motiviert. Und gerade bei so sehr ruhigen Sachen lasse ich den dann manchmal bewusst weg und nehme auch gar kein Markerwort, sondern belohne sie einfach ganz ruhig. Wenn ich den aufbauen mache, am Anfang nehme ich immer den Klicker, aber auch da mache ich es einfach ganz, ganz ruhig. Ich kann euch das mal zeigen. Also, ich kann euch das mal sagen. Warte. Warte. Auch ich muss mich dabei echt übrigens total konzentrieren, dass ich selber ruhig bin, aber trotzdem aufpasse und trotzdem schnell genug reagiere, wenn sie es richtig macht. Warte. Prima. Warte. Warte. Super. Das klicke ich jetzt bewusst nicht, weil das nicht 100% ist das, was ich möchte. Bleib. Warte. Nimmst du das? Oh ey, warte. Nimmst du das? Prima. Sehr gut. Prima. Warte. 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 Oh, schade. Warte. Prima. Nimmst du das? Nimmst du das? Super. Also sie ist jetzt ruhig, aber ich mache es eben dann auch manchmal gerne ohne den Klicker. Wichtig ist aber dabei, dass man auch gerade bei so einem Hüttelhund echt wirklich einfach Ruhe reinbringt. Und auch mit dem Klicker, wenn man weiß, die ist dann gut motiviert, dass man dann Ruhe reinbringt. Aber wie gesagt, ich nehme gerne dann einfach auf, dass ich mal ganz ruhig belohne. Amy. Warte. 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 Nimmst du das? Nimmst du das? Warte. 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 Nimmst du das? Prima. Super. Nimmst du das? Na, mach mal klar. Prima. Dass sie jetzt in den Dina geht, ist mir auch tatsächlich total egal. Weil ich weiß, spätestens wenn wir das machen, wenn wir Bewegung, also ein, zwei Schritte da reinbauen, lässt sie das sein. Oder eben, ich nehme den Becher einfach etwas höher. Aber so, glaube ich, kann man ganz gut sehen, wie ich da die Versuche, Ruhe reinzubringen. Und dass es eigentlich auch ganz gut klappt. Warte. Schade. Und dann mal. Warte. Häng sich. Warte. Warte. Prima. Warte. Wimmst du das? Du kriegst das gar nicht raus. Warte mal. Prima. Komm mal her. Warte. Warte. Prima. Warte. Warte. Amy sabbat schon. Nimmst du das mal? Ja, nimmst du das mal? Ist es noch raus oder ist es zufolge sabbat? Oh, prima. Prima. Ich glaube, der Ball ist tatsächlich zufolge sabbat mittlerweile. Deswegen hören wir jetzt mal auf. Und ich klicke sie jetzt nur noch einmal, wenn sie die Nase schön reingesteckt hat. Und achte drauf, dass sie nicht hinter mir herhibbelt. Und achte drauf, dass sie nicht hinter mir herhibbelt. Warte, Liff. Und ich klicke sie jetzt mal. Prima. Jetzt hat sie schnell ausgespuckt. Ist halt ein blöder Ball. Ich muss mir meinen kleineren kaufen. Bringst du mir das mit? Yes. Super. Jetzt haben wir noch einen schönen Abschluss, mit dem es gut klappt und die Mitte auch ruhig. Amy. Macht da Platz. Prima. Ja. Also, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt mal so ein bisschen zeigen, wie wir das machen, dass wir Ruhe reinbringen, um die Hektik einfach rauszunehmen, dass ich sie erst arbeiten lasse, wenn ich das wirklich möchte. Und zum Beispiel dann eben so lange den Ball auch abdecke, wenn ich noch nicht möchte, dass sie rangeht. Und dann ganz, ganz, ganz langsam das Ganze einfach aufbaue. Bewegung bringe ich dann ganz langsam hinterher wieder rein. und schaue eben, dass sie wirklich einfach alles von mir auch genauso ruhig vermittelt bekommt, wie ich es bei ihr gerne hätte. Wenn ich sonst mit ihr schneller was tun würde, ist sie auch dementsprechend genauso schnell wieder etwas überdreht. Und da passe ich eben bei ihr auf. Und wenn ich ihr zum Beispiel sage, ich möchte, dass sie es im Platz startet oder vor allem dieses hier am Anfang im Platz macht, also den Ball aufnimmt und liegen bleibt und mir einfach nur in den Becher tut, und dann mache ich das auf meinen Platz. Am Anfang ist sie gerne aufgestanden und wollte dann weitermachen. Und dann habe ich gleich unterbrochen und habe gesagt, nee, stopp, wir fangen jetzt nochmal neu an. Habe sie wieder hingelegt und dann nochmal versucht, auch weniger Abstand vielleicht reinzubringen. Also, dass sie vielleicht den Ball wirklich nur einmal so ein ganz kleines Stück hochheben musste, dass die Motivation für sie aufzustehen geringer war. Und habe sie immer wieder für dieses Warten und fürs Bleiben einfach belohnt. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, das war es. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich euch erzählen wollte. Wie gesagt, bei uns klappt das so sehr gut. Nichtsdestotrotz habe ich es mir halt früher selbst versaut bei der Amy, deswegen müssen wir das immer und immer und immer wieder reinbringen. Gerade auch bei neuen Sachen müssen wir immer schauen, dass wir das schön langsam aufbauen. Eine hohe Belohnungsrate haben, aber eben natürlich schnell belohnen, aber selber nicht dabei hektisch werden oder so. Das überträgt sich bei ihr einfach extrem schnell. Und wenn ich nicht genau weiß, was ich tun will oder in welchen Schritten ich das tun will. Also, wenn ich nicht genau im Kopf habe, welchen Plan ich habe, um mir das beizubringen. Das merkt man eben auch, weil ich dann in dem Moment auch scheiße klicke meistens. und eben auch schwammig bin. Wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin will, kann ich ihr natürlich auch nicht genau vermitteln, wo ich hin will. Und das überträgt sich dann wirklich ganz schnell und dann wird sie hibbelig, weil sie dann ein Stück weit Entscheidungen übernimmt und mir abnimmt und sagt, die Idee habe ich noch und die Idee habe ich noch und vielleicht willst du die Idee noch von mir haben. Deswegen überlege ich mir bei der Amy mal ganz genau, in welchen Schritten ich es ihr beibringen möchte, weil ich dann einfach ganz genau weiß, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich danach. Und für mich diesen Plan einfach richtig im Kopf habe und hier entsprechend auch ganz kleinschrittig das Ganze beibringen kann. Ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Trainieren mit euren Hunden und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so für Hibbelprobleme oder Hibbelhunde habt oder ob ihr vielleicht auch einen Hund habt, der gar nicht hibbelig ist. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, weil Joy finde ich es tatsächlich total angenehm, dass sie eher Motivation braucht, weil es mir bei Joy einfach leichter fällt, Motivation zu geben. Und bei Amy muss ich, weil ich eben selber so ein eher hibbeliger Mensch bin, muss ich immer echt mich selber runterfahren, selber ruhig sein, erstmal durchatmen. Und wenn ich total gestresst nach Hause komme, dann muss ich selber echt erstmal runterkommen, bevor ich mit der Amy trainieren kann, weil es sonst einfach nichts bringt. Dann trainiere ich und es ist Quatsch und bringt nichts und wir sind beide am Ende hebelig und gefrustet und das macht keinen Spaß. Deswegen, heute war eben auch so ein langer Tag und jetzt habe ich eben erstmal so ein bisschen geräumt zu Hause und bin einfach erstmal angekommen, habe die Hunde gefüttert, dass die selber auch erstmal ein Stück weit zufrieden sind und habe dann hier angefangen mit ihr zu trainieren. Und so klappt es bei uns einfach besser. Macht es gut, tschüss! Macht es gut, tschüss!